Hallo Leute! Hier erfahren Sie, wie Sie Daten aus einer virtuellen QMU Maschine wiederherstellen können. So installieren Sie QMU Repervisor unter Windows und erstellen eine virtuelle Maschine mit Linux-Betriebsystem. Virtualisierung ist die günstigste Möglichkeit, ein zweites Betriebssystem auf einem PCAT zu betreiben, ohne es direkt auf der Festplatte zu installieren. Standdessen wird das zweite Betriebssystem aus einer virtuellen Festplatte installiert, die durch eine spezielle Container-Datei repräsentiert wird. Die beliebtesten Hypervisors sind VirtualBox und VMware, die über leitungsstärke Funktionen und eine intuitive Benutzeröberfläche verfügen. QMU ist ein freies und eql-offenes Software-Tool, das für die Emulation von Software und Betriebssystemen entwickelt wurde. Es verwendet Hardware-Virtualisierung und verfügt über eine solide Liste von Architektur, Emulation und Unterstützung. Zur Installation müssen die QMU-Distribution für Windows herunterladen. Sie aus der offiziellen Webseite, 32 und 64-Bit-Versionen sind hier erhältlich. Wählen Sie die neueste Version des Programms und laden Sie die entsprechenden Datei herunter. Installieren Sie das Programm, laden Sie alle Standardeinstellungen, es muss nichts geändert werden und klicken Sie auf Weiter. Im Gegensatz zu VirtualBox und anderen Hypervisoren hat QMU keine grafische Oberfläche, sondern wird über eine Befehlzeile ausgeführt. Lassen Sie ein ISO-Image des Betriebssystems herunter, um die virtuelle Maschine zu installieren. Dann müssen wir den Pfad zu QMU in den Umgebungsvariablen hinzufügen. Öffnen Sie dazu einen Explorer und kopieren Sie den Pfad zu den Ordnern mit dem Programm. Klicken Sie dann mit der rechten Maus-Taste auf dieser Computer und öffnen Sie Eigenschaften, erwartete Systemeinstellungen. Öffnen Sie dann auf der Registerkarte Erwartet die Umgebungsvariablen. Doppelklicken Sie hier im Feld Benutzer Umgebungsvariablen auf die Variablen Pfad, klicken Sie dann auf Erstellen und fügen Sie hier den zuvor kopierten Pfad zum QMU-Order ein. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern und erneut auf OK, um die Einstellung zu speichern und zu beenden. Vor der Installation sollten Sie die Windows Low-Level Windows Shell Plattform Komponente aktivieren, da die virtuelle Maschine sonst möglicherweise nicht startet. Es wird auch empfohlen, Hyper-W oder XAXM beschleuniger zu aktivieren, um die virtuelle Maschine zu beschleunigen. Öffnen Sie dazu Aktivieren oder Deaktivieren von Windows Komponenten. Aktivieren Sie diese Plattform. Die Liste der Befehle und Parameter für die Einstellung und Verwaltung virtueller Maschine ist recht umfangreich, von dem Anfang genügen einige wenige. Führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus und fahren Sie mit der Installation fort. Als Ärztin müssen Sie einen Ordner erstellen, in dem die virtuelle Maschine gespeichert werden, QQMU. Navigieren Sie dann in der Befehlzeile zu diesem Ordner. Allnächstes erstellen Sie eine virtuelle Maschine mit etwa 15-20 GB. Geben Sie den folgenden Befehl ein. Wobei der Parameter F das Dateiformat angibt, gefolgt von seinem Namen und am Ende wird das Volumen angegeben. Allnächstes geben wir einen Befehl ein, um eine virtuelle Maschine zu erstellen. Der Befehl enthält seine Parameter Architektur Gemüsesystem X86-64XC Wodix-Kette Wod-C BM-Rätkapazität M2080 Anzahl der dem Rechnen zu gewissen Prozessoren SMP2 Software, Ordnung Pfad LC-Programm, Files-GEMU Video FG-STD Audio Sound HW-S 1370 Virtuelles Laufwerk Wod-Menü ISO-MH-FAT CD-ROM Das Werk Einrichtungs-Site Nach der Eingabe des Befehls wird das QM-Fenster gestartet, die virtuelle Maschine beginnt zu boten und das Betriebssystem wird installiert. Allnächstes müssen Sie das Betriebssystem installieren, in meinem Fall ist es UBIN2 Nach der Installation und dem neuen Start startet der Rechnen mit dem Installation und Betriebssystem und ist sofort einsatzbereit. Es gibt eine weitere Möglichkeit, eine virtuelle Maschine mit der QTMU Q zu erstellen. Dieses Open-Source-Dienstprogramm für QMU sollte den Prozess der Erstellung und Verwaltung der virtuellen Maschinen vereinfachen. Prüfen Sie die offizielle Website des Programms auf, verbinden Sie sich mit GitLab und lachen die Installation Datei herunter. Denken Sie auch daran, die Komponenten Windows Low-Level Windows Shell-Plattform zu aktivieren, wenn sie vorher nicht aktiviert war, da die BAM sonst möglicherweise nicht startet. Öffnen Sie dazu Anwendungen und Funktionen, Programme und Funktionen, Windows-Komponenten aktivieren oder deaktivieren. Starten Sie die Installation des Programms, geben Sie den Pfad an, in dem das Programm installiert werden soll. Legen Sie nach Abschluss der Installation die Verfügung der Anwendung auf den Desktop ab und erstellen Sie einen Ordner, in dem die Dateien der virtuellen Maschine gespeichert werden. Wenn Sie die Anwendung zum Beispiel mal starten, geben Sie die folgenden Parameter an. In der Ordnungsseile steht der Pfad zu den Ordnern, in dem QMU installiert ist. Die zweite Seite ist der Pfad zur QMU-Mage Detail. Und in der nächsten Seite, den Pfad zu den Ordnern, in dem die Dateien der virtuellen Maschine gespeichert sind. Finish. Um eine neue virtuelle Maschine zu erstellen, klicken Sie auf Maschine, New Maschine gehen, sehen Sie den Namen und den Betriebssystem-Typ an, wählen Sie die Version aus der Liste und klicken Sie auf Weiter. Wenn auf der Filterseite keine spezifischen Motorboy-Chipsätze benötigt werden, klicken Sie auf Weiter, um diesen Schritt zu überspringen. Als nächstes müssen Sie den richtigen QMU-Typ auswählen und die Grafik, Audio und Netzwerkeinstellungen festlegen. Wenn Sie die falsche QMU auswählen, kann die virtuelle Maschine möglicherweise nicht starten. All nächstes müssen Sie den Beschleuniger der Maschine auswählen. Die Standardanstellung ist hier XAXM. Einige Computer unterstützen diese Technologie möglicherweise nicht. Es wird empfohlen, HXCM zu deaktivieren und TGG zu installieren, um auf Weiter zu klicken. Einige Benutzer beschweren sich, dass beim Starten einer virtuellen Maschine nichts passiert. Dies kann durch HXM versagt werden. Um sicherzustellen, dass die virtuelle Maschine auf den meisten PKs ausgeführt werden kann, wird empfohlen, TGG zu verwenden. Gehen Sie dann die virtuelle Spargelkapazität für die virtuelle Maschine an und erstellen Sie eine virtuelle Festplatte. Geben Sie die Festplattenkapazität und den Typ an. Drücken Sie dann zum Abschluss auf Fertigstellen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Maschine im Programmfenster und öffnen Sie die Maschineanstellungen. Öffnen Sie die Bot-Optionen und markieren Sie das Kontrollkätzchen CD-ROM. Schieben Sie es nach oben und aktivieren Sie Bot-Menü. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Medien. Klicken Sie auf das Diskate-Symbol, gehen Sie den Pfad zur ISO-MH-Datei des Betriebssystems an und klicken Sie auf Speichern. Beleihen Sie die virtuelle Maschine aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Ein kleines Fenster wird geöffnet und die Installation des Betriebssystems beginnt. Danach ist die virtuelle Maschine einsatzbereit. Wir haben also den Installationsprozess von QEMU um die Erstellung einer virtuellen Maschine behandelt. Aber was ist zu tun, wenn Sie aus irgendeinem Grund den Zugriff auf eine virtuelle Maschine verlieren? Versellte Maschinendateien loschen oder wichtige Daten verlieren, die auf dem virtuellen Laufwerk gespeichert waren? Verweisen Sie in einem solchen Fall, hält man praktisch in Recovery eine Datenwiedererstellungssoftware, die die Datenwiedererstellung von den meisten gängigen Hypervisor-Dateien unterstützt. Das Programm unterstützt alle gängigen Datei-Systemformate und hilft Ihnen bei der Wiedererstellung von Daten im Falle von Loschung, Formatierung, Software- und Herdware-Fällen. Unter Windows müssen Sie das Programm läglich herunterladen und installieren. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, müssen Sie das Laufwerk entfernen und es an Ihren Windows-PK anschließen. Wenn Sie die Dateien der virtuellen Maschine wiederherstellen müssen, schließen Sie das Laufwerk an, auf dem die Dateien der virtuellen Maschine gespeichert sind und scannen Sie das Laufwerk. Klicken Sie mit der Rechten-Mouse-Taste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse, schneller Scan oder verständliche Analyse, wenn die erste Option nicht verfügbar ist. Bevor Sie eine verständliche Festplatten-Analyse durchführen müssen, Sie das Datensystem der Festplatte angeben und auf Weiterklicken. In meinem Fall ist schneller Scan verfügbar. Suchen Sie den Ordner, in dem die Dateien der gewünschten virtuellen Maschine gespeichert wurden. Parkieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Alle Dateien werden unter dem angegebenen Pfad gespeichert. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, die virtuelle Maschine nach der Wiederherstellung zu starten oder wenn ein Fehler beim Start auftritt, machen Sie sich keine Sorgen. Laden Sie die Dateien in unserer Software hoch und verwenden Sie sie, um Ihre Daten wiederherzustellen. Um dies zu tun, öffnen Sie den Menüpunkt Dienst, Datenträger einbinden. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Datenträger einzubinden, RevImage, wenn Sie normale Datenträger einbinden wollen, und virtuelle Maschinen. Hier sehen Sie eine Liste von Dateien und Programmen, die unsere Software unterstützt. Markieren Sie den entsprechenden Image-Tube. Geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Dateien des virtuellen Laufwerks an und klicken Sie auf Ordner auswählen. Die Software lädt alle Dateien der virtuellen Maschine in diesem Ordner. Wenn Sie eine bestimmte Datei benötigen, deaktivieren Sie das Kontroll-Kettchen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Allnächstes wählen Sie die Art der Analyse aus. Es wird empfohlen, mit schnellem Scan zu beginnen. Wenn die Software die Menüpunkt-Dateien nicht findet, führen Sie vollständige Analyse aus. Wie Sie sehen können, wurden alle Dateien, die sich noch auf dem Laufwerk befinden, problemlos gefunden. Das rote Kreuz markiert die Dateien, die gelöscht wurden. Wenn Sie auf eine Datei klicken, können Sie deren Inhalt im Vorschauen-Fenster sehen. Mit einer schnellen Suche können Sie die gewünschten Dateien anhand Ihres Namens finden. Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie das Laufwerk an, auf dem Sie die Datein speichern möchten und klicken Sie auf Speichern. Zusammenfassend lässt sich über den QMU-Hypervisor sagen, dass es schwer ist zu sagen, ob er besser oder schlechter als VirtualBox oder VM-Ware ist. Es ist wahrscheinlich eine Alternative zur Virtualisierung, die ihre Vor- und Nachteile hat. Die QMU ist weniger benutzerfreundlich, erfordert Kenntnisse der Dokumentation und zeigt nur eine sehr geringe Leistung. Für die Windows-Beschleunigung muss der XEX-MHR2-Aklarationsmanager installiert und konfiguriert werden. Einerseits ermöglicht das Tool die Emulation von Geräten, die auf verschiedenen Architekturen basieren, die von gängigen Hypervisoren nicht unterstützt werden. Und im Falle eines Datenverlustes wissen Sie, mit welchem Programm Sie die Daten wiederherstellen können. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unten im Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombeangriffe der russischen Föderation. Das wahnsinnige Putn-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Untertüsten Sie die ukrainische Armee. Spannen Sie die Kosten für den Front-Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.